hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wirft ihr nach ein ticket und heute für das spiel ford of empires viel spaß ok ich bin mal wieder hier bei ford of empires mal wieder ganz am anfang weil auch jedes mal mein spiel statt weg ist also es ist mein spiel statt ja also was heißt mein spiel statt es ist ich habe mich angemeldet über mein spiel statt aber ich kann ihn nicht wieder herstellen deswegen muss ich wieder von vorne anfangen aber ist ja nicht schön dann spiele ich hier mal bis bis es soweit ist zehn minuten also spät ist es schaue auf für was gut 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 Lang nicht mehr gespielt, das Spiel. Der nächste war hier. Ja. 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 Angebot. Und dann soll ich noch was kaufen? Ich weiß ja nicht, ob das nur bei mir ist oder ob das allgemein immer so ist bei Forge of Vampires. Wenn du das Spiel installierst und wieder installierst, dass der ganze Spielstand weg ist. Das ist wirklich nur bei mir. Eine Kaserne soll ich bauen. Mach mal. Ja. 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 Haben wir? Haben wir? Haben wir? Was sagt denn unser Guru? Spellkämpfer rekrutieren. Haben wir gemacht? Ein Denkmal muss ich bauen. Dann denke ich mal, wir bauen ein Denkmal. Und zwar hier rein. Da ist das, ne? Denkmal. Weibpfahlbauten. Jetzt haben wir auch alle Sperre. Noch Einfallbauten. Töpferei erforschen. Die Töpferei erforschen. Töpferei erforschen. Töpferei erforschen. Dann habe ich schon angefangen habe. Naja. Egal. Amen. Das Rad erforschen. Gleich ist es soweit. Gleich geht es wieso nicht mehr weiter. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt muss ich den erforschen. Aber ich habe keine Forschungspunkte mehr. Deswegen kann man jetzt noch eigentlich nicht mehr weiterspielen. Ach 23 habe ich angefangen. Machen wir da nochmal einen Angriff. Autokampf. Sieg. Die Kräfer geht auch schon mal an. Das war aber richtig gegen Kräfer. Jetzt muss ich das mal sehen. Oh! Oh! Hm. Glückwunsch. Dankeschön. So, ist meine Zeit vorbei. Meine Zeit ist vorbei. Dann werde ich noch... Was soll ich noch machen? Gar nichts mehr. Spiel beenden. Ticket abholen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Tschüss. Tschüss. Uranische.